Guten Tag meine Heiligen Brüder. Jetzt sagt meine Ehre auf Jomte. Das heißt, ich stehe zurück. Ich habe keine Mikve. Aber ich habe gesagt, ich habe keine Mikve. In der ganzen Zeit, die Menschen, die ich keine Mikve, wissen, was ich tun muss, und ich habe nicht die Mikve. Ich habe gesagt, dass ich ein gewisser Weg bin, dass ich mich nicht in die Mikve. Ich habe gesagt, Heilig, das ist nicht für die Reise, das ist nicht für die Frau. Das ist ein gewisser Weg. Ich habe gesagt, dass wir jetzt in die Hände wie die 40 von der Heiligen Schlablamaget sind. Ich habe gesagt, dass wir in die Hände Jid, Kai, Wolf, Kai und ich habe gesagt, Jid ist Jid, Wolf, Dalat. Kai ist Kai, Jid. Wolf ist Wolf, Jid, Wolf. Kai ist noch einmal Kai, Jid. Das ist Jid, Jid. Wolf, Wolf, Dalat, Dalat. Kai, Kai ist noch einmal Kai. Jetzt geht man die ganze Sache. Noch einmal auf der rechten Hand die ganze Sache. Jid, Wolf, Dalat, Kai, Jid, Wolf, Jid, Wolf, Kai, Jid. Und noch der andere. Und so erntet sich das. Also geht es mit sich hoch. Jetzt geht man mit Kai, mit Kai, und jetzt geht es mit der Kamera. Und jetzt geht es mit der Kamera. Und jetzt geht es mit der Kamera. Das ist... Wie ist das ausgestellt? Also, ich sehe jetzt.